Und jetzt kommt, Mama hat nicht bemerkt, dass das Pferd sich wälzen wollte. Und jetzt hat sie das Resultat. Die hat sich da gut ausgesehen gerade. Nein, das ist noch ein bisschen weniger. Da hast du gleich was schön sauber zu machen, das Pferd. Das meine ich, du hast kein Gefühl für die Tiere. Beim ersten Ding hätte ich sofort... Ich denke, das habe ich ja gesehen. Ich denke, so, und dann ging der tiefer, tiefer. Ich denke, es geht immer tiefer rein. Ja, das hat sie gedacht. Sie hat gedacht. Die Farbe, habt ihr schon bemerkt? Alle beide dieselbe Farbe. Soll ich dir helfen, mein Schatz? Das war der Hammer. Ich glaube nicht, dass du jetzt hochkommst, mein Englisch. Was machst du? Ich gehe nach unten. Und jetzt geht was da. Ja, das, was ich ja gesagt habe. Pass auf, ich komme jetzt... Nee, nee, lass da, lass da. Komm her.